So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Rückball-Gegendian-Impact. Wir sind das letzte Mal ein bisschen überraschender auf Bandslife betroffen und waren in einer echt schrägen Ruine, wo wir eine ungekehrte Start-Versiege gefunden haben. Und, holy shit, äh, auch der tote Aftor, den wir schon damals in den Stippen hatten. Wir haben das Ember und alles war richtig unangenehm und weird. Jetzt haben wir auch noch Dime's Life getroffen und wir sollen jetzt hier nach dem Stippen führen, das wir wissen. Und wir sind offensichtlich finished geworden auf den Fettisert-Ups und hier, wie viel Konto ist, das Krile, wie viel Apersonate ist, das wir wissen. Ja, das ist ein Typ, der eine Ausstattung hat. Ich frausiere, schuldige Lippe. Das Abyss-Mage ist jetzt mal. Weren Sie versuchen uns zu ambushen? Nein. Sie waren nur durch diese Abandone Ruin-Guards, um zu etwas von Werten zu finden. Oh, ist das so? Der Traveler hier sieht so aus, wie das auch. Sie suchen Chaos-Devices, Chaos-Circuits, du weißt, das soort Sachen. Hm, sie würden nicht suchen für solche ordentliche Objekte. In Wahrheit war ich nahe, genau weil Abyss-Mages oft aus dieser Ruhe kommen, um zu erforschen. Sie seien, sie suchen die Ruin-Guards für ein bestimmtes, wertvolles Objekt zurück zu den Ruinen. Aber sie sahen zufrieden, also es scheint, dass sie es noch nicht gefunden haben. Dann, warum holst du nicht einen von ihnen und fragst, was sie da waren? Ja, Meister Deluc hat das schon mal gemacht. Du solltest rauer mit ihnen umspringen. Hm, mit Furcht. Hat das etwas mit dem zu tun, was wir in den Ruinen sahen? Äh, Pai Man is getting goosebumps thinking about all this. Alright, we shouldn't waste too much time here. Let's continue our search. Alles klar. So. Wo sind die nächsten Spuren? Oh Gott, ganz da oben. Ich lauf da mal schnell hin. Oh, da haben sie mich schon entdeckt. Let's go. So. Boe. So. Du bist es ja, das Ganze zu lassen. Oh Gott. So. So, komm. So. I'm so. Ja, sollen die bisschen schicken machen? Nice and spicy! You can't run! Ja! Eat this! Ha! Ha! Ja, schon. Life out! Ja! 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 Gehre dabei? Ich hoffe, dass er noch groba runterkommt kann... Aber klingt gut, passt! Dann mach's doch nicht. Ja, muss ich irgendwas übersehen? Hallo? Irgendjemand? Irgendwas? Hallo? Da! Ach, guck doch nicht an! Oh, da ist ein Verfestiger! Es gibt oft ein paar Ruin-Guards, die rundherum sind! Ist das nur eine Coincidence? Oder... Aber ich habe nur durch Zufall von dir erfahren! Oh, das ist ein Verfestiger! Branches? Roots? Was do you mean, exactly? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago. Kanria. Huh? Kanria? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation? Oh. Speaking of Kanria, that's really a super ancient name. Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Kanria was... Ich kenne die Kanria. Huh? Weil ich Erinnerungen an Kanria hab. You have memories of being there. But that nation was destroyed 500 years ago. Hmm. Gut zu wissen, dass wir die Erinnerungen haben. Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. But, if you would like to tell me, I will listen. So, the Kanria you saw, what was it like? Ähm. Ich kenne es nicht länger vor ihm. Was? Die Person, die mich aufweckte. Und dieses Flammemeer, das ich sah, als ich aufwachte. Dein und die Kanria. Ist das dein Versuch wert? Was haben wir gesehen? Ich weiß nicht, ob wir das schon gesehen haben. Ich kenne es nicht. Um, ja. Oh, Paimon knows this part really well. You didn't know anything about Kanria. But now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Kanria. Am I right? Ah, if that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Leue, but you told Paimon they were useless. So the whole time you were just trying to learn more about Kanria so you could find your brother? Es ist die zweitbeste Spur nach der Suche nach den Sieben. Oh, ja. A nation built purely by humans. An unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the pride of humankind. A nation without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. You mean that? 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Kanria. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. How could that be? The history books don't say anything about that. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. Okay, dann suchen wir weiter nach Spuren. Over there! It's more Ruin Guards and Abyss Mages. Dane was just saying, how these ancient machines are from Kanria. So, did Kanria have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. These Ruin Guards were known as Field Tillers by the people of Kanria. Field Tillers? What a strange name. Waren sie Agrarmaschinen? It's not like you think. Field Tiller was just a codename. The people of Kanria like to give codenames to their weapons. Oh. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the Field Tiller came about. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. After the destruction of Kanria, these masterless Field Tillers went completely out of control. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Tevat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. Well, that sounds so sad. 500 Jahre lang zielos herumwandern. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. Oh, okay. Oh, power. Ähm, nur den Shield, nicht nur den Cryo. Wir sind doch so, nee, das löse ich jetzt anders, wenn man da auch noch ein Teil ist. So, hier geht's. Schön, wie ein bisschen so schön ist. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich neu bin, das ist aber nicht eigentlich. Das ist wieder so ein kleiner Bogenschutz, was ich verstehe. Das ist echt witzend. Das Abyss-Mage droppt ein Talisman. Kann es sein, eine Kommunikation? Hm. Das Talisman scheint, zu der Abyss-Herald zu sein. Aber warum würde ein Abyss-Mage den? Hm. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hat das mit der umgedrehten Statue zu tun? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war es. Und das war's. Er wurde einfach vom Jahre gemacht, unterdrückt. Ist es dasselbe wie bei Dvalin? Und ich weiß auch, dass die Abyss Order in den Storm Terror-Incident war. Aber du hast nicht gehört, dass du an Abyss Order-Operation warst. Lass es war Venti, das war Venti. Das ist ein großes, ältere Gott. Die Abyss Order-Operation immer wieder aufzunehmen. Will die Abyss Order-Operation nutzen ihre Lies und darken Magik Okay. Klingt ganz danach. The message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osile's limbs to construct a mechanized god. And the new core that shall replace the orb usually held by the Statue of the Seven is the Eye of the Very First Field Tiller. The Eye of the Very First Field Tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss Mages are looking for the special eye, right? It would seem so. We haven't found it yet. We have time. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Yes. According to the Talisman, the Eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Celestia und den göttlichen Thron stürzen? Das kommt uns bekannt vor. Hat die Zarin nicht ähnliches vor aus Neshnaia? Oh boy. The Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Hmm. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Sie hat ausgesehen wie der Animoarch und vielleicht fragen wir in der Kathedrale des Odofavonius danach? Yeah! That tone deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The cathedral? Hmm. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. Scheint nicht besonders begeistert zu sein, unser lieber Dvalin. Aber auf die Suche nach Antworten in Mondstadt machen wir uns dann das nächste Mal. Ich denke, Leo ist ein schöner Ort, um auszulocken. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht. Nach dieser immer verrückter und mysteriöser werdenden Suche nach Antworten zu unserem Bruder, Kanria und was auch immer passiert ist. In dem Sinne, bye bye.